Das Bern Aqua Erlebnisbad bietet seinen Gästen Freizeitgestaltung auf höchstem Niveau. Fitnessbegeisterte kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Gäste, die einfach nur entspannen möchten. Die Chip-Lösung der Firma Interbrain sorgt auf dem gesamten Areal für einen unkomplizierten und bargeldlosen Aufenthalt. Mitglieder und Stammgäste können dank des innovativen Online-Systems, das in fast allen Bereichen der Anlage zum Einsatz kommt, bequem ein- und auschecken oder mit ihrem Chip eine der vielen Serviceleistungen des Bern Aquas nutzen. Tagesgäste nehmen an der Kasse ihren Chip in Empfang. Mit ihm können sie sich frei im Bad- und Wellnessbereich bewegen. Dank des berührungslosen Chips, der an das Lesegerät gehalten wird, verschaffen sich die Besucher Zutritt zu allen Bereichen innerhalb der Anlage. Nach dem Passieren des Eingangstrehkreuzes führt der erste Weg der Gäste zu den Garderoben, die mit elektronischen Schrankschlössern von Interbrain ausgestattet sind. Fitness-Club-Mitglieder erhalten Zutritt zur separaten Garderobe durch eine Identifikation am Lesegerät. Der Garderobenbereich für die Tagesgäste bietet selbstverständlich ebenfalls alle Annehmlichkeiten für einen bargeldlosen Aufenthalt. Nach dem Umkleiden wählt der Gast einfach einen Schrank seiner Wahl aus und deponiert dann seine Gegenstände darin. Zum Verschließen drückt man dann einfach den Stift mit dem Chip nach innen. Jetzt nur noch die Schranknummer merken und schon kann es losgehen mit dem Badevergnügen. Im Bern Aqua Fitness kann das Mitglied dann mit dem Chip-Armband die softwaregesteuerten Trainingsgeräte bedienen. So erzielt der Gast bestmögliche Ergebnisse durch ein individuelles Training nach Maß. Die gesamte Mitgliederverwaltung erfolgt durch die Software von Interbrain. Ein Snack oder eine Erfrischung gefällig? Dank des Chips kann der Gast auch im Bistro bequem konsumieren und das ganz ohne lästiges Mitnehmen von Wertsachen. Nur noch an der Kasse den Chip auf das Lesegerät halten und schon steht einer kleinen Snackpause nichts mehr entgegen. Auch beim Besuch des Solariums kommt die umfassende Softwarelösung von Interbrain zum Einsatz. Der Gast muss auf dem Touchscreen nur noch die Zeit auswählen und bestätigen, den Chip wieder an das Lesegerät halten und schon ist das Solarium für das Besonnungsvergnügen freigeschaltet. Nach dem ausgiebigen Sonnenbad ist es Zeit für einen Saunagang. Die großzügige Saunalandschaft des Bern Aqua bietet seinen Besuchern Entspannung und Wohlfühlmomente pur. Der Zutritt erfolgt auch hier mit dem Chip. Zurück im Garderobenbereich steht den Gästen ein Info-Terminal zur Verfügung. Falls man einmal seine Schranknummer vergessen hat, einfach den Chip an den Lese halten und die Schranknummer erscheint auf dem Display. Genauso leicht wie das Verschließen des Spins funktioniert auch das Öffnen des Garderobenschranks. Sie müssen mit Ihrem Chip nur sanft gegen den Stift drücken und schon haben Sie Zugriff auf Ihre Wertsachen. Am Ende des Aufenthalts können die Gäste ihre Ausgaben zum Beispiel für Getränke oder die Benutzung des Solariums am mehrsprachigen Kassenautomaten begleichen. Der Automat akzeptiert sowohl Bargeld als auch Kreditkarten. Am Display haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre Rechnung noch einmal zu überprüfen. Nachdem die Rechnung bezahlt ist, können Sie auschecken. Hierzu müssen Sie Ihren Chip in die dafür vorgesehene Einzugsvorrichtung legen. Kurz warten, bis der Chip eingezogen wird und schon können Sie das Drehkreuz passieren. Mitgliedern wird beim Verlassen des Bernauqua zusätzlich noch Ihr Profil auf dem Flatscreen angezeigt.